Er sagt nichts an, mein Kollege vom Forum der Schweizer Geschichte. Wir sind in der Schweiz, in der ich wohne, in der ich schon lange lebe und sehr gerne hier bin. Es würde mich freuen, wenn ihr Leser von der Goldzeitung in unseren Beitrag leset. Und vielleicht, wer weiss, auch mal auf die Schweiz kommen, meine Kollegen schauen. Ich spiele ihnen jetzt nochmals eins und schaue, dass sie vielleicht noch zu tanzen kommen heute. Tschau zusammen, sagt Daniel Oesler.